Jo meine Freunde, gönnt euch den geilen Scheiß von Dubai Dates Nutrition. Egal ob Proteine, Fettverbrennung, Aminosäuren, Pre-Workout, Health & Beauty oder Mars-Gener. Bei Dubai Dates Nutrition bekommt ihr alles was ihr braucht. Mit dem Code Genghis44TV gibt es außerdem fette 30% plus ein Gratis-Shaker obendrauf. So, jetzt fangen wir mal an. Gucken wir uns mal die Holländer an. Die Holländer, Alter, die gehen immer ab. Hier, checkt den Kanal Unterwelt aus. Sind sehr korrekte Leute oder sehr korrekter Typ. Der hat sich wirklich tausendmal bei mir bedankt, dass ich da eine Reaction auf den Kanal gemacht habe. Ich sehe auch, die Reaction hat wirklich gut gefruchtet. Ich glaube, der hatte unter tausend Abonnenten oder so und jetzt hat er 4100 Abonnenten. Wirklich so netten Leuten gönnt man gerne. Und ich schwöre bei Gott, mir ist das scheißegal, ob ein Kanal 100 Abonnenten hat oder ob ein Kanal 100.000 Abonnenten hat. Wenn der Kanal was Cooles macht, dann reagiere ich da drauf. Es gibt ja so manche Leute, die sind so, oh, besser keinen anderen groß machen und unten halten versuchen. Aber ganz ehrlich, die Jungs von Unterwelt, die machen einen coolen Job. Deswegen kann man die auch supporten. 100 Abos hatte er. Ja, krass. Cool, freut mich für die. Jetzt hat er schon die Hürde für die Kanalmonetarisierung. ... drei Berliner Clan-Mitgliedern geliefert. Auch sie trüben Verletzungen davon. Jeder kennt mittlerweile diese Aufnahmen oder hat etwas von ihnen gehört. Niederländische Spezialkräfte, die ein Versteck stürmen und dort Container zum Foltern vorfinden. Im heutigen Video geht es um die Hintergründe der sogenannten Folter-Container in den Niederlanden und einem der Hauptverdächtigen in diesem Fall, dem 40-jährigen Robin van O., der aktuell in den Niederlanden vor Gericht steht. Robin van O. Ich schwöre, die Holländer, die haben coole Namen, ne? Weiß nicht, dieses Fun finde ich voll cool. Das ist wie bei den Schotten mit dem O'Connor und Mac-Connor und so, weißt du? Dieses O und MC, ne? Also dieses Mac. Die Holländer auch mit ihrem Fun, Alter. Bin ich irgendwie stabil? Ich weiß nicht. Doch wer ist eigentlich van O.? Der ehemalige Fitnessstudio-Besitzer aus den Niederlanden, der am Ende auf der Todesliste von Riduantagi stand, einem der größten Drogenhändler der Niederlande. Es ist Ende 2017, als das Gebäude eines Fitnessstudios am Stadtrand von Utrecht mit einer automatischen Schusswaffe beschossen wird. Der Schaden ist nicht größer als ein paar Einschüsse, doch der Schock umso größer. Denn einige Tage später explodiert ein Sprengsatz in der Nähe des Gebäudes, wieder ist der Besitzer des Studios das Ziel. Die Mitglieder des Studios verstehen nichts und fragen sich, was wohl dahinter steckt. Denn dieses Fitnessstudio ist kein durchschnittliches. Der Besitzer, Robin van O., ist seit Jahren in der kriminellen Unterwelt nie... Van heißt Von, aber was soll denn der Name dann heißen, Alter? Ja, Robin van O., was denn, Robin vom Osterwald oder was? Gengis van Bochum, ja. ...der Landesaktiv, was die normalen Mitglieder des Studios nicht... Kennst du die holländischen Kippen? Van Anderen? ...ahnen oder wissen können. Im Jahr 2018 sieht Besitzer Robin van O. dann keine andere Möglichkeit mehr, als sein Fitnessstudio zu schließen. Ich habe mich stark für das Konzept eingesetzt und werde mich nicht erpressen oder bedrohen lassen. Erklärt, Robin van O. damals, voller Tapferkeit. Was van O. jedoch seinen Sportfreunden nicht mitteilt, dass er eigentlich ganz genau über die Hintergründe der Angriffe Bescheid weiß und es nicht um Erpressung geht. Denn er steht auf der Todesliste von keinem Geringeren als Ridu Antagi, dem berüchtigsten, und zu jener Zeit, einem der gefährlichsten Drogenhändler der Niederlande. Doch wie konnte es so weit kommen? Obwohl van O.'s Karriere in der Kriminalität harmlos begann, mit dem Aufbau von geheimen Cannabis-Plantagen, wechselte er schnell seine Geschäftsfelder und war in den letzten Jahren hauptsächlich im internationalen Kokainhandel tätig. Und somit im Hauptgeschäft... Internationaler Kokainhandel. Tja, internationaler Kokainhandel. Die haben immer Absatzmärkte, ey. Unser 1, naja, will nicht ins Detail gehen. Aber, naja, ich lasse es lieber. Ich sage nur so viel, Koks-Kunden klären war auf jeden Fall immer mehr tricky als Ott-Kunden klären. ...feld von Tagi und seiner Organisation. Laut Gerichtsakten kam van O. damals mit einem gewissen Mustafa F. aus Amersfoort in Kontakt, einem wichtigen Akteur im Kokshandel. Einem Mann, der es geschafft hatte, durch den Kokainschmuggel viele hunderte Millionen Euro zu verdienen und somit zu einem der großen Rivalen von Ridouan Tagi geworden war. Mit diesem führte Mustafa F. damals einen Erb... Boah, Junge, Alter. Richtig Wild West. Wie viele Schüsse gehen denn da ab? ...bitterten und blutigen Krieg in der Unter... Die haben da einfach halbautomatische Waffen, Alter. Was ist das, so eine kurze AK oder was? ...wählt Niederlandes um das Kokain-Geschäft. Im November 2017 dann entkommt Mustafa F. nur knapp dem Tod, als zwei bewaffnete Männer auf einer Terrasse in Marrakesch ihn glücklicherweise verwechseln und einen Unschuldigen erschießen. Nach dem Mordanschlag ist den Behörden vor Ort klar, die Kugeln waren für F. bestimmt. Nach diesem... Stand Name drauf. Ey, das ist halt anderer Film, ne? Bei uns in Deutschland hast du vielleicht mal so ein, zwei Leute, die so aufeinander schießen. Da, Alter, direkt fünf, sechs Leute, wie bei Dings. In der Serie Gamora, Alter. Bam, bam, bam. Richtig Wild West. In dieser Eskalation reicht es der Polizei und sie nehmen Mustafa F. wegen Geldwäsche-Verdachts fest. Kokshunden sind auch schwieriger zu handeln. Ja, je nachdem, was du da für Leute hast, ne? Und je nachdem, in welcher Größenordnung du das machst. Wenn du dann da irgendwelche Leute hast, Alter, die um vier Uhr morgens nochmal ankommen, zum vierten Mal, weil sie in der Disse sind und jedes Mal nur ein halbes mitnehmen, anstatt sich gleich zwei ganze mitzunehmen oder so. und stecken ihn in U-Haft, wo er sich bis heute befindet. Tagi ist nach Angaben der Ermittler, Zweifelzone, der Auftraggeber des Mordanschlags. Eine weitere Eskalationsstufe im Krieg um die Milliarden aus dem Kokainhandel. Nach der Sache mit Mustafa F. und den Angriffen auf das Fitnessstudio, wurde auch Fan O. klar, dass er gejagt wird und der Krieg in der Unterwelt ihn bald einholen würde. Wie aus heutigen Ermittlungsakten hervorgeht, arbeitet damals die Organisation von Tagi nachdrücklich an einem Plan, Fan O. zu töten. Die Akten beinhalten Chatgespräche aus den geknackten Encro-Handys zwischen Tagi und einer unbekannten Person, in denen über Pläne zur Ermordung gesprochen wird. Sie tauschen eine Adresse in den Niederlanden aus und Tagi macht deutlich, dieser Sporttyp lebt hier mit einem Kind. Eine spätere Untersuchung der Polizei ergibt, dass Fan O. tatsächlich mit seiner Partnerin und zwei Kindern an dieser Adresse lebte und wohl unwissentlich wieder einmal knapp einem Mordanschlag entkommen war. Nach all dem beschließt Fan O., dass er Verstärkung braucht, um den Kampf mit Tagis Gruppe zu überleben. In den folgenden Monaten schließt er Allianzen mit anderen Kriminellen. Ja, Drogengeschäft, sehr schmutzig, sehr dreckig, Alter. Dann doch lieber ins Immobiliengeschäft und Tagesmiete für Zimmer. ...gruppen, um so eine Front gegen Tagi zu bilden. Denn der Streit mit Tagi ist nicht nur lebensbedrohlich, sondern auch schlecht für das Geschäft. Im November 2018 explodiert die Spannung in der Unterwelt erneut, als Hamza Z. in Spanien ermordet wird. Der 33-jährige Verbrecher aus den Niederlanden hatte sich ebenfalls Fan O. angeschlossen und war eigentlich in Spanien, um Informationen über den möglichen Aufenthaltsort von Tagi zu erhalten. Doch statt der Informationen bekam der 33-jährige Kugeln in den Kopf. Boah, Alter, ey. Statt der Informationen bekam der 33-jährige Kugeln in den Kopf. Ja, Mann, das ist schon, äh, das ist schon bitter, Alter. Laut Ermittlungsakten wieder einmal mutmaßlich im Auftrag Tagis. Neben dem Mord an Hamza Z. hat Fan O. eine Reihe weiterer Probleme. Zum Beispiel verschwindet sein Kumpel Kurisan A. im April 2018 spurlos. A., der im Fitnessstudio für Fan O. arbeitete, verschwand am 10. April, nachdem er seine Freundin in Amsterdam abgesetzt hatte. Dann fuhr er zurück, kam aber nie an seinem Ziel an. Er ist seitdem spurlos verschwunden. Die Polizei geht bis heute davon aus, dass Kurisan A. entführt und ermordet wurde. Fan O. wurde ebenfalls von der Polizei dazu befragt, machte aber laut seinem Anwalt keine Angaben zu der Sache. Auf einer Webseite werden damals sogar... Ich musste... Ich lese gerade, dagegen ist Deutschland Kindergeburtstag. Ich musste letztens so schmunzeln. Da hat einer geschrieben in den Kommentaren bei mir, Alter, in Deutschland ist doch alles Kindergarten. als wenn hier schon mal irgendjemand einen Kopfschuss gekriegt hätte. Ohne Witz, da wusste ich, der Junge, der kann nicht älter wie 13, 14 sein, der das geschrieben hat. Der glaubt, in Deutschland wurden noch nie Kopfschüsse verteilt oder so. Digga, ey. Also klar, ne? Deutschland ist wirklich nichts gegen Holland oder Amerika oder so, ne? Will ich überhaupt nicht sagen, ne? Aber mein Onkel arbeitet in der Mordkommission, ja? Und ich sag mal so viel, ja? Es ist schon erschreckend, was bei uns in der Nähe alleine schon, wie viele Morde es da gibt, ja? Oder potenzielle Morde. Und, ähm, Digga, das ist, äh, nur weil das nicht immer in der Zeitung kommt oder in, in, äh, irgendwie in den, in den Medien, heißt das nicht, dass sowas nicht passiert. So, also, leider, äh, gibt es doch ziemlich häufig Schießereien und Messerstechereien und so weiter. ...artikel veröffentlicht, in denen regelmäßig Informationen über die Geschäfte und den Weg von Fan O und Mustafa F zu lesen sind. Die Seite, die heute nicht mehr existiert, wurde laut Ermittlungsakten von ihren Rivalen betrieben. Eine Enthüllungsplattform unter Kriminellen als neue Waffe. Um Fan O wird es immer heißer und er beschließt, auf dringlichen Rat der Polizei, sich zu verstecken. Ab da an taucht er ab, mietet ein Penthouse und ist nicht untätig, was das Kokaingeschäft angeht. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht wissen kann, dass im April 2020 die niederländische Polizei Ermittlungen gegen ihn einleiten wird, wegen dem konkreten Verdacht des Drogenhandels und der Vorbereitung zu einem Mord. Robin Fan O führte eine Existenz unter dem Radar. Unsere finanzielle Untersuchung ergab, dass er ein Lagerhaus hatte, welches ihm anscheinend wichtig war. heißt es später in einem Bericht der Polizei. Zur gleichen Zeit beginnen die Ermittlungen im Rahmen des EncroChat-Hacks, bei denen hunderte auch mit den Dealern und so. Ich habe, als ich damals bei Phoenix Security war, bin ich mit einem der Geschäftsführer, mit einem der damaligen Geschäftsführer nach Holland gefahren. Ein Cousin von ihm hatte einen Coffeeshop in Amsterdam oder so. Wir waren auch in Amsterdam, sind nach Amsterdam gefahren und da habe ich einen älteren Türken kennengelernt. Wir sind da hingefahren, weil es Streit gab. Irgendwelche, ich weiß gar nicht, Libanesen oder Marokkaner hatten seinen Sohn an der Tankstelle gestochen. Und der Sohn war im Krankenhaus und der kannte halt den Geschäftsführer von Phoenix und wir sind dann da hingefahren, weil es hieß, ey Jungs, pass mal auf, da gibt es einen Auftrag, da gibt es eine Arbeit, da ist was passiert. Wir gehen da hin, wir suchen die Leute, die das gemacht haben, erteilen denen eine Lektion und dafür kriegt jeder so und so viel. Ein paar Mille waren das, keine Ahnung, jeder 1.000, 2.000 Euro oder so. Und der Vater von dem Jungen, dem das passiert ist, der war früher Kokshändler im großen Stil. So, der hat irgendwann mal, keine Ahnung, wie viele Jahre der kassiert hat, hat aber davor schon dafür gesorgt, dass über Strohmänner und so der sich zig Immobilien gekauft hat. Ich kenne leider den Namen nicht mehr, ey, das ist schon sehr lang her, das ist jetzt schon 10 Jahre her oder so. Und der hat einfach, der hat einen Pilotenschein, ja, und der selber, der hat seinen Scheiß selber nach Deutschland geflogen, ja, mit so, mit so einer, mit so einer kleinen Dingsmaschine, wie hier, äh, bei Bud Spencer, ja. Zumindest, wurde, wurde uns das damals erzählt und der ehemalige Geschäftsführer von mir, äh, meinte so, dass die Story auch stimmen würde. Und der soll halt mit so einer, mit so einer Maschine wie, wie, äh, Bud Spencer und Terence Hill in hier, wie heißt das nochmal, zwei Höllenhunde, oder was? Ähm, mit so einem, mit so einem Ding hat er, hat er seine Koks, äh, Lieferungen da, äh, immer rübergebracht, ja. Voll die wilde Nummer, ey. Ist mir jetzt nur an dieser Stelle mal eingefallen, zum Thema Holland. von Ermittler live die Chatgespräche von Kriminellen mitlesen, die sie über den verschlüsselten Dienst EncroChat führen. Im Rahmen dieser Chatgespräche, Sky haben die jetzt übrigens auch geknackt, ne? Haben die letztens noch, das, das war auch interessant bei Sky, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wurde mir auch letztens erzählt von einem Bekannten, bei Sky war das so, der Typ von Sky hat vorher gesagt, pass mal auf, die knacken das Ding oder das wird bald geknackt oder wie auch immer, ne, der Server von Sky, aber, äh, so ein paar Vertriebler, ja, die Sky-Handys weiterverkauft haben, die haben das an ihre Kunden nicht weitergegeben, dass die Dinger geknackt werden, ja. Der Chef selber von Sky hatte das wohl den Leuten gesagt, aber es gab halt einige Leute, so, äh, so Zwischenhändler, die das dann einfach ihren Kunden nicht gesagt haben, damit die weiterhin diese Handys verkaufen können. Auch voll die miese Nummer an der Stelle. Erfahren die Ermittler auch den Grund, wieso diese Lagerhalle so wichtig für Fan-O zu sein scheint. Denn in diesen Chats bespricht er mit einer bis heute unbekannten Person aus Südamerika, die er plant, Zitat, diesen marokkanischen Hupensohn auf diesen Stuhl zu setzen. Gemeint ist damit Taghi. Ende Juni 2020 wird die Polizei dann schließlich eingreifen. Was kostet ein Handy? Ich weiß, 1000, 1500, irgendwie sowas. Kriegst halt so ein iPhone und, äh, mit diesem System drauf. Und dann für ein halbes Jahr oder so. Bevor die sechs Verdächtigen rund um Robin Fan-O mögliche Rivalen entführen und foltern können. Im Moment ist noch keiner der Personen verurteilt. Aber dass Fan-O, es ernst meinte, geht aus den geknackten Encrochets hervor, die die Polizei veröffentlichte. Wenn ich diesen Hupensohn auf dem Stuhl habe, werden weitere kommen. Aber dieser Hund fehlt, Zitat Fan-O. Bei der Razzia im Lagerhaus... Der hatte schon... Der Stuhl hatte schon Namen, Alter. Die wussten schon, wer da drauf kommen soll, ey. Krass. ...döst die Polizei dann auf die Seekontainer, die als Gefängniszellen eingerichtet wurden. Eines der Container ähnelt am meisten einer Folterkammer wie aus dem Film. Mit einem alten Zahnarztstuhl, mit Gurten an den Armlehnen und diversen Folterwerkzeugen wie Messer, Scheren, Astsägen, Skalpelle, Nadeln, Handschellen und Gasbrennern. Darüber hinaus perfekt nachgemachte Polizeiuniformen plus Zubehör, mit denen die Verdächtigen planten, ihre Konkurrenten zu entführen. Die Werkzeuge, die die Polizei gefunden hat, lassen der Fantasie wenig Raum. Der Grad an Gewalt, den sie anwenden wollten, die Begriffe, die in den Chats auf... Die Nummer mit denen als Polizei verkleiden, das ist auch, äh... In Dortmund gab es auch mal Jungs, die ich ganz gut kannte, die, ähm, tatsächlich die Nummer mit den falschen Bullen gemacht haben, ja. Einen auf falsche Zivilbullen, Handschellen rein, in ein Auto mit dem Typen, ja. Ähm, war auch in dieser, in dieser Zeit, ich hatte das schon mal erzählt, wo man am Borsigplatz so ein bisschen aufgeräumt hat, um seine eigene Ware dort zu verticken, ja. Wo ja auch, äh, der, äh, Madi Schmidt, ja, der Gabriel seine Verurteilung gekriegt hat, ja. Er wurde ja verurteilt für, äh, Verstoß gegen Kriegswaffengesetz und, äh, schwerer Menschenraub oder sowas, ja. Ähm, weil er, die sind ja bei, bei Farbigen in die Bude reingestürmt, ja. Sagt man eigentlich, was ist mittlerweile eigentlich politisch korrekt? Sagt man Schwarze oder sagt man Farbige? Ich weiß das immer nicht. Vor ein paar Jahren hieß es noch, man soll nicht Schwarze sagen, man soll Farbige sagen. Jetzt sagt man, glaube ich, nicht mehr Farbige, sondern Schwarze. Auf jeden Fall so, äh, Afros, ja. Ähm, sind da, sind da bei den Reihen und das war eine Familie, Alter. Die sind da ja, die sind da ja mit, ähm, mit, sind ja keine Amerikaner, sind ja in Deutschland. Afrodeutsche, ja. Auf jeden Fall, äh, sind die dann mit, mit Kriegswaffen da rein in die Bude und haben dann auch die Leute gefesselt und so, ne. Und weil die die gefesselt hatten und quasi da, äh, ja, auch so eine Art Freiheitsberaubung gemacht haben, wurde das dann, wurde dann daraus ein Menschenraub, ja. Und, äh, die, dieselbe Nummer hatten sie halt auch mal mit, äh, mit, ähm, ja, als, als, als Kripo-Polizei, äh, mitgemacht, ja. Und, boah, was war das nochmal? Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum, aber der Typ, dem sie so Angst gemacht hatten, dass die von der Bullerei wären, der ist dann zur Bullerei gegangen, wollte dann eine Anzeige machen, von wegen, ey, ihr habt mich grad verhaftet und wolltet mir auf die Fresse hauen oder so. Und, einer der Typen war dann aber auch gerade auf der Wache, ich weiß gar nicht mehr warum, ich hab das, ich krieg die Geschichte nicht mehr so ganz zueinander, aber das war schon sehr wild. Und dann ist der eine Typ, der sich als Bulle verkleidet hatte und das Opfer, sind dann beide in dieser Polizeiwache gleichzeitig. Ja, und der Kollege, der Typ, ich will nicht Kollege sagen, der Typ, der dann da auf der Polizeiwache war, der sich davor als, als Bulle ausgegeben hatte, hat sich dann erstmal, hat sich dann erstmal verpisst, ohne dass der andere ihn gesehen hat. Das war, auf jeden Fall auch eine wilde Nummer. Es war wirklich schockierend, sagten Ermittler vor Gericht aus. Der Prozess ist bei weitem nicht abgeschlossen. Zum Beispiel müssen die mehr als 57.000 gesendeten EncroChat-Nachrichten auch von den Anwälten der Angeklagten untersucht werden. Insgesamt gibt es in diesem Fall zehn Verdächtige. Acht von ihnen sind im Gefängnis, zwei weitere Verdächtige wurden bereits wegen der Beteiligung an einem Mord verurteilt. Es gibt noch einige spannende Details in diesen Ermittlungsakten zu anderen Fällen. Die werden wir euch allerdings in anderen Videos zeigen, da der Rechercheaufwand enorm ist. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Abonniert und aktiviert die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu sehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein Like und ein Abo dagelassen. Schöne Nummer, die Jungs, auf jeden Fall von Unterwelt, Alter. 4.100 Abos mittlerweile. Maschallah an dieser Stelle. Musik 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 Musik